Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei PC erklärt. Mein Name ist Thorsten Neppler, ich bin der zuständige Produktmanager für Fliese- und Naturwerksteintechnik bei der PC Augsburg GmbH. Ich möchte Ihnen heute das Thema PC Durapox Premium Multicolor etwas näher bringen und einige Tipps und einige Referenzen vorstellen. Insbesondere möchte Ihnen heute die drei Themen maximale Gestaltungsmöglichkeiten für individuelle Lebensräume, Tipps und Tricks mit der PC Multicolor App und exklusive Referenzen mit PC Durapox Premium Multicolor vorstellen. Was bedeutet individuelle Gestaltungsmöglichkeiten? Vielleicht kennt der ein oder andere das Bild mit den Gewürzen, was immer in Verbindung mit Premium Multicolor gebracht wird. Das symbolisiert beziehungsweise erklärt das Ganze eigentlich relativ gut. Jeder Mensch würzt sein Gericht nach seinen Bedürfnissen bis es schmeckt. Man kann also sagen, was das Gewürz für das Gericht ist, ist letztendlich die Fuge für die Fliese. Ich kann mit der Fuge einen Belag, einen Raum ganz anders gestalten. Ich kann lebendig wirken, ich kann harmonisierend wirken, je nachdem wie mein Lebensraum gestaltet werden soll, nach meinen individuellen Wünschen. Wie das genau aussieht, beziehungsweise wie dieser Effekt zur Geltung kommt, möchte ich Ihnen anhand ein paar Exponaten zeigen. Sie sehen hier ein Glasmosaik, was einen komplett anderen Effekt erzielt durch die Anwendung verschiedener Fugenfarben. Wir haben hier auf dieser Seite einen etwas dunkleren Farbton gewählt, angelehnt an die dunkleren Steine und erzielen eine etwas beruhigende Wirkung und wir haben hier angelehnt an die helleren Steine einen helleren Fugenfarbton gewählt, womit ich eine lebendige Wirkung des Gesamtbelags erziele und sehr lebendig wirkt. Ich habe noch ein anderes Beispiel mit, wo das noch extremer hervorkommt. Auch hier sehen Sie das Gleiche, Glasmosaik, nur mit verschiedenen Fugenfarben ausgefugt und es erzielt eine komplett andere Wirkung. Hier haben wir auch wieder einen helleren Farbton gewählt und es erzielt einen lebendigen, einen kontrastreichen Hintergrund und hier eher den dunkleren Farbton gewählt, was einen beruhigenden Farbton homogenisiert, wirkt je nachdem, wie Sie Ihren Raum gestalten möchten. Sollte jemand wirklich etwas Ausgeflipptes haben wollen, habe ich auch hier ein Beispiel davon. Einen ganz besonderen Effekt kann man auch bei Goldglasmosaik erzielen. Hier haben wir zusätzlich zu dem Farbton auch einen Glitter-Effekt mit eingebaut, so dass ich einen Glitzer-Effekt nicht nur bei dem Glasmosaik oder bei der Mosaikoberfläche habe, sondern ihn gleichzeitig auch in der Fugenoberfläche erziele und somit der gesamte Belag glänzt, als ob er ganzheitlich Gold wäre. Man kann also sagen, mit der Fuge kann man ein Bild ruinieren oder man kann ein unverwechselbares Kunstwerk schaffen. Wie man die passende Fuge für die Fliese bzw. sie im Lebensraum findet, zeige ich Ihnen nun mit der Hilfe vom PCI Color Catch Nano. Hier haben wir eine Fliese mit Holzoptik und wir versuchen jetzt die passende Fugenfarbe zu finden, je nachdem, was der Kunde haben will. Entweder etwas Beruhigendes, einen homogenen Farbton oder etwas Lebendiges, einen kontrastreichen Farbton. Hierbei haben wir den Farbscanner, der PCI Color Catch Nano, der uns dabei hilft, den passenden Fugenfarbton zu finden. Sie bringen ganz einfach den PCI Color Catch Nano auf die Oberfläche der Fliese und können dann die entsprechende Fugenfarbe finden. Entweder Sie fahren auf den dominanten Farbton, den etwas helleren Farbton oder wenn Sie etwas kontrastreiches haben wollen, etwas Lebendiges, dann fahren Sie auch auf die dunklen Nuancen, machen ein kurzes Standbild und finden dann die Auswahl der verschiedenen Farbtöne, die Sie auf diesem Bild haben. Wenn Sie es noch etwas genauer haben wollen, haben wir hier eine Lupenfunktion. mit der Sie dann wirklich mikrogenau Ihren Farbton bestimmen können. Klicken den hier oben an und dann finden Sie hier unten den ausgesuchten Farbton. Wenn Sie es überprüfen wollen, wie der in Wirklichkeit rauskommt, haben wir hier noch diesen Farbfächer, können die Nummer abgleichen und können sie dann neben der Fliese halten und Sie haben schon das Originalbild, wie es dann auch in Ihrem wirklichen Lebensraum aussieht. Als zweiten Tipp bzw. Trick möchte ich Ihnen etwas zeigen, was nur sehr wenige kennen bzw. wissen. Und zwar, wie sucht man den passenden Farbton zu einem RAL-Farbton aus. Hierzu gehen wir zunächst mal auf Einstellungen und dann sehen Sie schon eine große Auswahl von Farbfächern und hier finden Sie zum einen den NCS-Farbfächer, aber auch den RAL-Farbfächer. Und diesen können Sie sich nun auf die App herunterladen und haben dann den digitalen Farbfächer in Ihrer App, mit der Sie den richtigen Farbton vom Durapox Premium Multicolor zum RAL-Farbton finden können. Wie das geht, zeige ich Ihnen nochmal ganz kurz. Ich gehe hier auf das Farbfächer-Symbol. Hier finden Sie die RAL-Farbtöne und Sie haben jetzt einen, zum Beispiel eine Fensterfarbe in einem knalligen Gelb oder Sie haben eine Tischfarbe oder eine Teppichfarbe, die etwas dunkler wirkt oder zum Beispiel in diesem Farbton. Und Sie möchten nun auch einen Fliesenbelag mit der entsprechenden Fugenfarbe ausfugen und brauchen genau diese Fugenfarbe im RAL-Farbton und möchten diese bestimmen. Dazu gehen Sie ganz einfach auf diese Farbe, auf die RAL-Farbtonfarbe, gehen auf das Symbol Vergleichen. Und dann wird Ihnen schon aus dem Sortiment vom Durapox Premium Multicolor der passende Fugenfarbton oder der nächste Fugenfarbton zum RAL-Farbton angezeigt. Sie drücken hier einmal drauf, fügen es hinzu und dann haben Sie noch zwei Möglichkeiten. Entweder Sie drücken hier unten auf das Symbol des Taschenrechners, um Ihren Verbrauch zu berechnen oder Sie schicken per E-Mail gleich Ihrem Kunden bzw. Ihrem Architekten die Auswahl des Farbtones und können dann mit ihm das weitere besprechen. So einfach geht's und ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt ein paar neue Tipps und Tricks mit der PCI Multicolor App zeigen. Hier haben wir das Bad eines Fliesenlegers, sein eigenes Bad, wo er besonderen Wert darauf gelegt hat, dass die Fugenfarbe identisch ist zu dem Glasmusäck. Er wollte quasi für sich ein individuelles Bad haben, was kein anderer besitzt. Wie man auf dem Bild noch gut sehen kann, war er begeistert von dem leichten Einfugverhalten des Fugenmaterials. Was er sich natürlich auch ausgesucht hat, ist das passende Fugenmaterial, auch das passende Silikon, was es auch gibt in dem gleichen Farbton wie zum Durapox Premium Multicolor. Und nach der Fertigstellung, wie man hier sehen kann, hatte er ein Bad für seine individuellen Wünsche, was unverwechselbar war und einzigartig in seiner Art. Ein ganz besonderes Objekt möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Das wurde erst kürzlich fertiggestellt in der Neuser Innenstadt und hierbei geht es um eine Goldfassade, was ein einzigartiges Objekt darstellt. Hier sehen wir das Gebäude vor der Sanierung. Mit insgesamt 51.000 Mosaikplättchen aus Blattgold wurde die Fassade verziert und zu neuem Leben erweckt. Herausforderung war zu dem Blattgold-Mosaik den richtigen Farbton zu finden, um die ganze Fläche harmonisch wirken zu lassen. Die Verarbeiter lobten insbesondere das leichte Einfug und problemlose Waschverhalten, sodass nach nur sechs Wochen das neue Schmuckstück fertiggestellt wurde und sicherlich eines der Hingucker in der Neuser Fußgängerzone ist. Das war's für heute von PC erklärt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einiges Interessantes zeigen und Sie lassen sich zukünftig von Ihren individuellen Träumen leiten. Und falls Sie mehr wissen wollen, gehen Sie einfach auf die Homepage www.pcmulticolor.com und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017